Hallo, wir sind Christoph und Patrick von der SO2-UG und wir erzählen euch heute von unserer Geschäftsidee Kinderpass. Die Geschäftsidee ist eine Plattform, auf der man Lern- und Freizeitaktivitäten für die Kinder buchen kann, sowie Anbieter in der Region, die sie dort zur Verfügung stellen können. Mit Kindern ist der Alltag sehr stressig. Als Vater von drei Kindern erlebe ich das täglich. Auf der Suche nach einer Plattform, um Kinderaktivitäten zu buchen, bin ich leider immer näher ausgegangen. Deshalb die Idee. Unsere Vision ist, dass man mit der App ganz einfach über Radios und Geofilter einfach sagen kann, ich bin jetzt in Ingolstadt, umkreist 20 Kilometer, suche ich für mein Kind eine Musikschule zum Klavierlernen oder was auch immer. Gebe das in die Suche ein, sehe dann, okay, es gibt hier 20 Musikschulen im Umkreis, kann dann die Termine, je nachdem wie es auch jetzt mit der aktuellen Corona-Situation möglich ist, direkt vor Ort buchen. Oder auch virtuelle Musikstunden. Und auf kurzfristige Sicht, wie gesagt, eher die Region 10 jetzt erstmal, dass wir hier die Unternehmen, die ansässigen Unternehmen noch stärken, in die Möglichkeit geben, dass sie ihre Angebote in der App anbieten. Auf längere Sicht wäre dann unsere Vision, dass wir sagen, okay, wir breiten uns auf ganz Deutschland und im besten Fall auf die komplette DACH-Region aus, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und langfristig gesehen kann man die App auch noch skalieren, dass man sagt, okay, man bietet auch noch für Jugendliche und junge Erwachsene Angebote an, die dann auch direkt ganz einfach über die App gebucht werden können.